Wo findet ihr in Zukunft reduzierte Objekte? Und da spreche ich heute mit dem Branko-Haiduk drüber, über das Thema Sync-Immo. Das Tool hatte ich in den vergangenen Wochen immer wieder mal in einigen Videos schon vorgestellt und auch schon relativ viel Feedback bekommen. Und deswegen möchte ich heute mal ausführlich darüber mit dem Branko sprechen. Wichtig vorab an dieser Stelle, wir versorgen euch natürlich weiterhin mit Wissen an dieser Stelle zum Thema Immobilien und zum Thema Baufinanzierung. Also bleibt am Ball. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren und einfach Informationen für die Zukunft zu sammeln. Auch wenn gerade eine etwas schwierigere Zeit ist, solltet ihr gerade jetzt am Ball bleiben. Und jetzt möchte ich erstmal Hallo sagen, lieber Branko. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, Jörg, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon auf das Gespräch. Ja, sag vielleicht mal zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du und wer ist Sync-Immo? Ich bin Branko Heiduck und ich kümmere mich um das ganze Marketing bei Sync-Immo. Und genau in dem Kontext, glaube ich, sprechen wir ja heute hier so ein bisschen, wie funktioniert Sync-Immo, was machen wir da überhaupt und warum ist damit sozusagen die Immobiliensuche einfacher. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist zu sagen, ist es gerade ein bisschen schwieriger im Markt, aber wie man das gut lösen kann, ist ein Überblick behalten. Also wenn man einfach einen Überblick über die Immobilien, über die Angebote, vielleicht auch lokal, also wenn man jetzt einen bestimmten Ort sucht, wo finde ich die Objekte und wo kann ich vielleicht auch nachverhandeln? Weil wir merken, die Verkäufer, die gehen nicht richtig vom Preis runter. Also das ist ja gerade ein bisschen schwieriger. Aber es gibt schon oft den Fall, dass die Objekte reduziert werden. Das wäre jetzt auch mein erster Punkt, womit ich eingestiegen wäre, das Thema Nachverhandeln. Also wo wir ja noch vor, ich sage mal, vor die letzten ein, zwei, drei, fünf Jahre, wo überhaupt nicht über das Thema Nachverhandeln gesprochen worden ist, sondern da ist immer nur die Frage gewesen, was war der Preis und inwieweit hat man sich überboten? Ja, also da ist ja der Preis, der angeboten worden ist, ist ja in der Regel fast gar nicht bezahlt worden. Und jetzt sprechen wir wieder um, jetzt verändert sich gerade der Markt. Und wie siehst du gerade das Thema, vor allen Dingen, weil ihr ja auch Zugriff auf die ganzen Daten habt, wie siehst du gerade das Thema nachverhandeln? Ja, also vielleicht, um eine Story da vorzulegen von mir selber, ich kaufe ja selber Immobilien und es war jetzt die letzten Jahre, war es immer so, ich bin hingegangen und ich habe überlegt, okay, wie kann ich jetzt sozusagen oder was wäre der perfekte Preis, den ich bieten kann, um das Objekt zu bekommen? Und jetzt ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, das ist überhaupt nicht mehr so, sondern mich rufen die Makler danach an und fragen, wie viel ich runtergehen möchte mit dem Preis sozusagen, damit ich das kaufe. Und deswegen, dass am Anfang erstmal Nachverhandlungen ist wieder möglich, das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber jetzt ist halt natürlich die Frage, wo verhandelt man nach? Die meisten Immobilienverkäufer haben keinen Druck jetzt zu verkaufen, das heißt, viele sind auch bereit einfach zu warten und sagen, ja mal, dann schauen wir einfach mal, was passiert. Irgendwann wird ja jemand was kaufen. Aber uns fällt immer mehr auf und ich glaube, du blendest gleich auch nochmal die Statistiken wahrscheinlich ein, es gibt mehr reduzierte Objekte. Also wir sind jetzt von, ich glaube, 5000 Objekten, die reduziert sind, also 5000 Wohnungen in ganz Deutschland, sind wir auf über 12.000 reduzierte Objekte gegangen, damit wir das ganz kurz erklären können, was ein reduziertes Objekt bei uns auf der Plattform, kommen ja eigentlich alle Objekte ganz deutschlandweit rein. Und jetzt ist, wenn ein Verkäufer dieses Objekt jetzt nochmal neu inseriert oder im bisherigen Inserat den Preis senkt, dann kommt das als reduziertes Objekt rein. Das zählt in diese Kategorien. Das sind jetzt 12.000 Wohnungen und nochmal 11.900 Häuser. Das heißt, wir haben insgesamt fast 24.000 reduzierte Objekte in ganz Deutschland. Und jetzt merkt man, okay, jetzt fängt diese Welle an. Und man reduziert ja natürlich kein Objekt, weil man keinen Verkaufsdruck hat. Das heißt aber auch für einen Käufer, jetzt kann man diesen Preis wieder ein bisschen oder diese Differenz, die man auch durch die Kreditrate hat logischerweise, ein bisschen rausholen, indem man auch mit dem Verkäufer redet und sagt, Leute, also das ist sehr schön, welche Preise ihr aufrufen wollt, aber wir können das, das ist nicht mehr bezahlbar einfach. Und wir müssen schauen, dass wir ein normales Niveau damit schaffen. Ich glaube, man kann jetzt nicht so runterfandeln um 40, 50 Prozent, aber es geht zumindest einiges. Und das merke ich jetzt auch selber, wenn ich auf Besichtigung bin. Auf das Thema reduzierte Objekte kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Da werden wir auch gleich nochmal speziell die Besonderheit dieses Tools auch nochmal ansprechen. Und meine nächste Frage, aber die hast du indirekt auch schon beantwortet. Da geht es sich um das Thema Anzahl der Objekte. Habt ihr oder seht ihr ganz klar, dass auch die Anzahl der Angebote gestiegen ist? Also der Objekte, die in die Portale im Allgemeinen eingestellt werden. Was hat sich da verändert, wenn wir jetzt nochmal die letzten zwölf Monate schauen? Sieht man das? Dass einfach so vom Gefühl her die Leute merken, ah, der Markt verändert sich gerade. Die Zinslandschaft ist nicht mehr so wie vor einem Jahr. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Objekt schnell verkaufen können. Und auf einmal steigen einfach die Angebote. Das ist zumindest das, was ich bei den großen Portalen gesehen habe, dass die Angebote einfach mehr geworden sind. Seht ihr das auch? Und in welchem Maße kann man das sagen? Ja, dazu habe ich dir auch vorhin eine Statistik einmal geschickt. Die kannst du gerne einmal einblenden. Das ist wirklich interessant. Und zwar, wir haben ja 52 Portale angebunden, was knapp 99,5 Prozent aller Objekte in Deutschland sind. Es gibt natürlich immer so kleinere Seiten. Wenn ein Makler zum Beispiel ein Objekt auf Market halten will, das ist nur auf seiner Seite, das kann man nicht tracken. Aber der Scroll ist drin. Und es ist fast, also ich will gar nicht sagen erschreckend, aber wir haben jetzt Anfang des Jahres, wir sind gestartet mit 60.000 Wohnungen. Und es waren auch, also insgesamt waren es mal 60.000 Objekte. Und es war der Stand knapp 100.000 Objekte im Mai, die in ganz Deutschland online sind. Wir sind jetzt bei den 300.000 gelandet. Ach, krass. Also inklusive Grundstück und allem rundherum haben wir uns verdreifacht. Das liegt jetzt nicht daran, dass mehr Leute verkaufen, sondern dass weniger Leute kaufen. Das bedeutet, ein Objekt dauert einfach viel, viel länger, bis es von diesen Plattformen wieder runter ist. Und es ist auch oft so, dass die Besichtigungen sich ziehen. Es war ja früher so, man hat es online gestellt, am gleichen Tag konnte man es noch offline stellen. Und es ist noch ein zweites Thema, Off-Market goes on-Market haben wir das genannt. Also es passiert ganz, ganz viel, dass Leute, wo früher noch der Nachbar das gekauft hat oder man sich irgendwie gekannt hat und deswegen wurde es gekauft, die Leute probieren es jetzt trotzdem einmal online, um einfach den Marktpreis auszuwerten und zu sehen, okay, kann ich vielleicht doch mehr bekommen als bei meinem Nachbarn, der das vielleicht kaufen kann. Und so sind einfach sehr viele Bewegungen. Also es ist einfach, der ganze Markt ist in Bewegung. Jetzt sind 300.000 Objekte online. Jetzt muss man aber sagen, es ist nicht, also diese Verdreifachung ist nicht oder schlägt sich noch nicht auf die Preise. Weil diese Anzahl wurde schon immer verkauft. Es ist nur so, dass wir gerade einfach so ein kleines Plateau haben. Und jetzt muss geschaut werden, wie geht es weiter. Ich merke, dass viele Verkäufer keinen Druck haben. Deswegen, es passiert noch nicht viel im Preis. Die, die Druck haben, die gehen aber auch gewaltig runter. Also es passiert schon mal, dass man 20, vielleicht auch 25 Prozent unter Marktpreis was kauft und vielleicht auch mal sieht, einfach weil dieses Thema reduzieren und vor allem Druck haben einfach wieder relevant wird. Aber da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu jung. 2,8 war das ja sozusagen ähnlich. Wer da durchgehalten hat, der freut sich jetzt natürlich. Aber es gab auch viele, die dann verkaufen mussten aus verschiedenen Gründen. Wie viele Suchportale sind angeschlossen? Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Du hast es jetzt mit 52 schon beantwortet und damit ist 99,5 Prozent des Marktes abgedeckt. Ich möchte jetzt noch mal spezieller nachfragen, welche Erwartungen kann man denn an dieses Tool haben? Weil ich muss es jetzt noch mal auch ein bisschen ausführen. Ich habe das Tool in den vergangenen Wochen in einigen Videos vorgestellt. Und dann ist auch immer die Frage gewesen, ja, wo finde ich das denn auf der Homepage? Wo kann ich denn den Suchauftrag anlegen? Wir schicken das den Kunden zu. Das heißt, wenn die über unsere Website anfragen, dann wird eine Budgetberatung stattfinden, dass wir überhaupt schauen können, was kann derjenige sich überhaupt leisten? Und im nächsten Step kann er dann diesen Suchauftrag anlegen. Wenn er diesen Suchauftrag dann angelegt hat, wie sieht das Ganze dann aus? Also bekommt er E-Mails zugeschickt? Wie viele E-Mails bekommt er zugeschickt? Wie sehen diese E-Mails dann aus mit den Angeboten? Was kann man da als Verbraucher erwarten? Ja, also wichtig ist zu wissen, dadurch, dass alle Objekte online sind, kann man das auch erst mal erwarten. Aber es sind halt Filter gesetzt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte genau dieses Objekt haben, also einen Filter, dann werde ich das auch bekommen. Filter sind was sehr Restriktives, also es ist wie ein Null oder Eins, es ist was Finales. Also das heißt, man legt den Suchauftrag an. Da geht man dann eine gewisse Antragsstrecke, sage ich jetzt mal, durch, wo man dann eingibt, in welcher Region suche ich, was suche ich, suche ich eine Wohnung, suche ich ein Einfamilienhaus, wie viel Quadratmeter, von wann bis wann oder von wo bis wie viel möchte ich gerne suchen, also was den Kaufpreis angeht. Das kann man genau filtern. Genau, man filtert das alles und jetzt bekommt man in regelmäßigen Abständen, das kann täglich sein, das kann zweimal täglich sein oder wöchentlich ein paar Mal sein, kriegt man jetzt E-Mails und man kriegt diese E-Mails immer genau dann, wenn das Objekt online geht. Das heißt, ich bin jetzt Verkäufer, ich stelle das jetzt online und dieses Objekt, das passt in dein Suchprofil, Jörg, dann kriegst du das sofort in dein E-Mail-Postfach. Was ist jetzt vielleicht ein Unterschied? Ich meine, es gibt ja auch bei ImmoWelt, ImmoScout gibt es auch so Suchprofile, die man einrichten kann oder bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen. Das passiert nicht on time, das heißt, es ist meistens um 9 Uhr morgens, das sozusagen rausgeschickt oder manchmal am Abend, das kommt darauf an, wie man es einstellt und man hat nicht alle Daten. Also welche Erwartungen hat man noch? In diesem Suchprofil, das wird angereichert mit Marktdaten, zum Beispiel von Sprengnette und wird dadurch analysiert. Also wir haben da eine Preisbewertung, eine Standortbewertung, man hat so ein bisschen Mikro-Makro-Lage, also was gibt es rundherum und man sieht die Grundsubstanz erst mal. Was passiert in diesem Objekt und wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren? Sodass man auf einen Blick hat man einfach diesen, naja, ich nenne es jetzt mal das Gesamtkonzept der Immobilie. Wo ist das? Was passiert da? Warum ist die da? Und wie steht das da überhaupt? Was gibt es rundherum? Okay. Und vielleicht jetzt nochmal auch kurz zum Hintergrund, Sprengnetter ist ja ein Immobilienportal, was Daten zur Verfügung stellt, ja, also Makro-Lage, Mikro-Lage und gleichzeitig wird auch eine Bewertung gemacht. Man kennt das ja vielleicht auch von Autoscout, sage ich jetzt mal, da steht ja dann immer fairer Preis oder zu hoher Preis, wenn man da jetzt irgendwie ein Autoangebot sieht und so ähnlich kann man sich das dann auch von ThinkImmo denken, was dann in der E-Mail auch drinsteht, dass einmal das Objekt drinsteht natürlich und wie das so eingewertet wird. Und was auch, soweit ich weiß, in der E-Mail drinsteht, ist dann das Thema, ob es auch schon ein reduziertes Objekt ist. Das heißt, es wird auch immer wieder mitgeteilt. Unten in der E-Mail steht das dann, glaube ich, drin, ob das Objekt schon reduziert worden ist in der Vergangenheit. Ist das richtig? Genau, es steht immer drin, welche, also ob das reduziert wurde und es gibt auch eine gesonderte Kategorie, das kann man dann immer anwählen. Das muss man dann, also bespricht man dann sozusagen mit dem Baufinanzierungsberater, reduzierte Objekte gesondert schicken. Das ist so ein Häkchen und dann kriegt man regelmäßig, das so einmal pro Woche bekomme ich jetzt für meinen Suchauftrag, das zum Beispiel, kriege ich so ein E-Mail, wo zusammengefasst sind alle Objekte, die reduziert sind. Dann kann ich schauen, ist das was für mich, möchte ich mich da melden bei dem Verkäufer und vielleicht ein bisschen nachverhandeln oder ist das jetzt nicht so spannend für mich? Und jetzt gibt es ja einen Trick. Es gibt ja einen Trick, den die Verkäufer gerne anwenden, wenn das Objekt nicht weggeht zu dem eigentlichen Preis. Der Trick ist dann, ich nehme das Objekt einfach runter und setze das wieder ein paar Wochen später wieder online, damit es nicht auffällt, dass das ein reduziertes Objekt ist oder dass es halt reduziert worden ist. Erkennt die Suchmaschine das auch? Wir erkennen tatsächlich Duplikate. Also wenn der das vier Wochen später nochmal einstellt, glaube ich nicht mehr, dann haben wir das Alte schon gelöscht. Das darf man dann aus Datenschutzgründen nicht mehr. Aber viele machen das ja auch relativ schnell. Also die nehmen es raus, am gleichen Tag wieder rein oder zwei Tage später und dann gilt es noch als Duplikat und dann erkennst du sozusagen die Software, alles klar. Das gab es schon mal in dieser Ausführung. Die Bilder habe ich schon mal gesehen, zum Beispiel nur die Daten und ergänzt das dann. Also unten haben wir immer so eine Preisstatistik. Man sieht, wann wurde das das erste Mal inseriert, auf welchen Plattformen wurde das inseriert, zu welchem Preis und sieht dann auch die Historie davon. Wir nennen das dann immer Preis- und Plattformhistorie. Das ist immer ganz unten zu finden bei jedem Inserat bei uns. Also ja, das wird auch mitgesehen und man kriegt dann eine reduziertes Objektmitteilung quasi. Also es kommt dann rein ins Postfach über reduzierte Objekte. Was ich ja sehr spannend in dem Bereich finde und deswegen finde ich auch das Tool sehr spannend, weil so in der Form gab es das am Markt ja noch nicht. Ja, dass es ein Tool gab, was so alle Suchaufträge von allen Plattformen zusammengefasst hat. Bisher kannte man das ja so, dass man vielleicht bei dem einen größten Portal oder zweitgrößten Portal einen Suchauftrag angelegt hat und sich dann darauf verlassen hat, was man da reinbekommen hat an E-Mails. Und das fasst ja tatsächlich alles zusammen und da sieht man auch mal wieder, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen, wie der Markt auch in dem Bereich weiter voranschreitet und das finde ich so spannend, weil so eine Dienstleistung, so ein Tool natürlich in Zukunft auch gar nicht mehr wegzudenken ist. Ja, weil das ja ein Riesenmehrwert für, ich sage jetzt mal auch speziell für die Verbraucher draußen bringt und da habe ich mir jetzt noch eine spezielle Frage aufgeschrieben. Wie sieht denn konkret das Angebot aus? Ja, also einmal A aus Verbrauchersicht für Vermittler, also Finanzierungsvermittler, Vermittlerinnen, die hier zuschauen und vielleicht auch noch mal für Investoren, weil da gibt es ja, es gibt ja verschiedene Zugänge, wie die jeweilige Zielgruppe darauf zugreift. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Genau, also erstmal danke für diese tollen Worte, das ist super freundlich, dass du das schon so bewirbst, aber vielleicht zu den Angeboten der Endkunde und das ist ja sozusagen der, der den größten Nutzen daraus hat, der kann sein Eigenheim finden. Da haben wir gedacht, das wäre sinnvoll, das nicht als einfach nur Suchmaschine für den Endkunden anzubieten, sondern dass man das in der Beratung koppelt. Das bedeutet, am Ende der Endkunde, der kann so dem Baufinanzierer vor Ort gehen, zu dir am besten und einfach nur das Suchprofil anfragen. Ich glaube, das ist auch was ganz Schönes, so eine schöne Symbiose. Der Finanzierer, das ist sowieso eher ein Begleiter, der kennt sich aus mit der Immobilie, der kann noch ein paar Tipps geben, der kann schauen, wie ist das Budget und in diesem Gespräch und in diesem Gespräch sucht man eben auch das Suchprofil. Das heißt, beim Baufinanzierer der Wahl oder beim Finanzdienstleister der Wahl kann man das machen. Okay. Das heißt, wenn der Vermittler das nutzt, dieses Tool, kann er das seinen Kunden anbieten. Ganz genau. Wenn der Vermittler das nicht nutzt, kann er das nicht machen. Wir vielleicht auch nochmal, weil natürlich auch viele zuschauen, die bei uns anfragen. Wir nutzen das tatsächlich jetzt auch so, um nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen. Das heißt, bisher ist es ja so, der Kunde sucht selber seine Immobilie. Wenn er nicht einen Neubau baut, dann ist es so, dass die Kunden ja ihre Immobilie gefunden haben, dann bei uns anfragen und wir dann beraten und die Baufinanzierung umsetzen. Oftmals sind wir dann vielleicht noch bei der Budgetberatung weiter vorne dran, dass der Kunde schon vorher anfragt, was kann ich mir denn überhaupt leisten? Aber wir wollen halt noch früher ansetzen und den Kunden da tatsächlich begleiten, um auch einfach mitzuschauen, weil nicht jeder Kunde schickt uns immer die Immobilien, die Exposés zu, die er sich anschaut. Viele machen das schon, aber für uns ist das halt eine Chance, auch weiter früher anzusetzen und auch dementsprechend unsere Dienstleistung zu erweitern. Und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, für den allgemeinen Verbraucher, der jetzt sein Eigenheim sucht, für den ist ja dieser Suchauftrag kostenlos. Und jetzt würde ich aber den Bogen oder die Brücke spannen zu den Baufinanzierern. Ja, das heißt, die Baufinanzierer, die das Tool dann nutzen, wie machen die das Ganze? Wie können die das Ganze für sich nutzen? Also die Baufinanzierer, das ist sozusagen, das ist ja am Ende der Kunde bei ThinkImo, der kann mit uns einen Vertrag abschließen und glaube ich, einfach auf uns zukommen und dann kriegt er quasi sein eigenes Label dafür und kann darüber dem Endkunden diesen Mehrwert bieten, also mit dem Kunden dieses Suchprofil machen. Und dann haben wir die dritte Zielgruppe, das ist der Investor, das ist ja aus der Richtung kommen, wir sind ja eigentlich eine Investoren, also Kapitalanlegerplattform gewesen, bevor wir uns jetzt auch für den Endkunden geöffnet haben, der sein Eigenheim sucht. Und der Investor, der kann für sich selber ein Profil einrichten und für sich selber das Ganze machen, das ist auch noch eine Kategorie. Aber gut, das ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders, weil der Investor, der hat andere Ideen, die er da reinbringen möchte, der hat andere Vorgaben für die Immobilie itself und andere Filtermöglichkeiten. Das kann aber übrigens auch der Baufinanzierer, also jeder hat sozusagen in seinem Account kann er einstellen, ist derjenige, der das Suchprofil bekommt, ein Investor oder ein Eigenheimsucher und darauf optimiert, kriegt man eben andere Daten. Also ich meine, als Eigenheimkäufer möchte ich eher schauen, wie ist vielleicht, wo ist die nächste Kita, wie sind die Supermärkte. Als Investor ist das nicht ganz so wichtig, da möchte ich eher darauf achten, wie ist das Bad jetzt geschnitten oder wie ist die Wohnung generell geschnitten, passt der Marktpreis und so weiter. Das sind andere Fokuspunkte, auf die wir da Wert gelegt haben. Aber im Endeffekt, ja, für beide sehr gut. Okay, das heißt, wir fassen zusammen für den allgemeinen Verbraucher, der sein Eigenheim sucht, der sollte am besten einen Finanzierer haben, der das Tool nutzt von euch. Ganz genau. Finanzierer, die können das Ganze natürlich auch nutzen. Übrigens vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis. Ich habe euch natürlich unten in der Infobox einmal den Link zu unserer Homepage gepackt, wo jetzt allgemein die Verbraucher anfragen können. Vermittler, Vermittlerin, ihr findet natürlich auch einen Link unten in der Videobeschreibung, wo ihr selber euch das Thema mal anschauen könnt und das Ganze auch mal kostenlos testen könnt, wo ihr selber für eure Kundensuchaufträge anlegen könnt. Und dann gibt es aber noch den dritten Part für die Investoren und die fragen dann am besten auch direkt über eure Website, können die, glaube ich, dann auch anfragen. Genau. Die haben dann nochmal sowas, die bekommen einen eigenen Zugang sozusagen, weil die natürlich nochmal anders suchen, regelmäßiger kaufen. Der Eigennutzer, der kauft ja in der Regel einmal eine Immobilie, vielleicht zweimal, aber dann ist das Thema ja in der Regel für die meisten auch durch, für die nächsten, ich sage mal, 10, 15, 20 Jahre, wenn sie nicht nochmal sich vergrößern wollen. Also das ist jetzt zumindest so meine Erfahrung. Ich denke auch, deswegen, ich muss auch jetzt aus dem Gefühl sagen, es ist ja auch schön sozusagen, dass der Eigenheimbesitzer weiß, es ist halt eine Begleitung, die dahinter notwendig ist. Man kann jetzt nicht einfach, also die wenigsten gehen einfach hin und sagen, ich kaufe jetzt irgendeine Wohnung für mich und das ist dann mein Eigenheim sozusagen. Ich glaube, deswegen ist es auch schön, dass man da die Begleitung hat von noch einem Berater dazu. Aber ja, also wir sind gut erreichbar. Ansonsten für den Investor ist es auf der Webseite und für den Eigenheimkäufer am besten direkt an Jörg oder an den anderen Finanzierer wenden. Ja, genau. Also vielleicht hier nochmal an dieser Stelle die Botschaft. Wir legen die Suchaufträge jetzt nicht einfach wahllos für jeden an, sondern wir schieben tatsächlich auch davor immer nochmal die Budgetberatung, damit wir genau sehen können, was kann sich derjenige überhaupt leisten und im Nachgang kommt dann der Link zu dem Suchauftrag. So ist jedenfalls bei uns der Ablauf, um halt auch eine gewisse Verbindlichkeit dahinter zu stellen, dass man jetzt nicht einfach so aus Spaß mal ein bisschen rumsuchen kann und genau, alle anderen Vermittler schauen unten in die Videobeschreibung einfach mal und gucken sich das Ganze an und an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für die Infos und vielen Dank, dass ich da sein konnte und bis zum nächsten Gespräch würde ich fast schon sagen. Genau, bis zum nächsten Gespräch. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auf LinkedIn folgen, also alle Vermittler, die jetzt zuschauen. Hier verlinke ich jetzt das nächste Video und hier bei uns die Beratung anfragen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.